So was Leute? Willkommen zurück zu Alundra! Beim letzten Mal haben wir so eine Unterwasserhöhle abgeschlossen. Ich glaube zumindest, dass das der letzte Part war. Und das Kapitel ist glaube ich im Streit mit Ronan oder so. Jetzt wahrscheinlich finde ich noch zwei Bücher, dass die Schriftrolle verschwindet. Naja, ich habe keine Ahnung was ich jetzt machen muss. Ich habe gleich Ronan, die da schreckliche Dinge gesagt hast, wirklich merkwürdig Alundra. Ich glaube im letzten Part habe ich mich schon hier umgeguckt oder? Ich glaube ich habe schon mit allen geredet. Achso, ja habe ich schon. Ich sage noch immer das gleiche von wegen, ach da ist eine Fee am Teich. Was habe ich letztes Mal schon gemacht? Uhhh! Das ist so gut, kann ich mich einfach hinlegen und schlafen? Ne, kann ich nicht. Das heißt, ich muss irgendjemanden anreden. Ich weiß nicht wen, Ronan? Dem will ich eigentlich gar nicht reden. Als Septimus, das ist wesentlich realistischer. Dann gehe ich mal Septimus besuchen. Ich will dich nicht killen. Ich weiß nicht was Ronan für ein Mensch ist Alundra, aber ich muss dir etwas erzählen. Vor einigen Wochen war ich jetzt... Ah, das kenne ich schon. Aber mir zur Seite gezogen. Das heißt, ich werde mit Ronan reden oder wie? Dann schauen wir uns mal um. Ab zur Kirche! Zu Ronan! Ich glaube hier links oben war doch noch eine Höhle. War ich da seitdem? Schon mal seit dem Anfang. Ja, auch Owings Haus. Ich jetzt nicht mehr heimkomme, weil es vernichtet ist. Ja. Sein Haus ist kaputt. Er selbst ist tot. Wendung in das Spiel nimmt. Aber gut, er ist nicht der Erste, der jetzt ins Gras gebissen hat. Es sind jetzt schon einige draufgegangen. Mir wird das Spiel eine bösartige, realistische Thematik. Oder war ich schon? Ich dachte ich war hier noch nicht. Ach egal. Was war denn da drin? Ich erinnere mich nicht mehr. Lass dich in meine Aufnahmen mal gucken. Ach. Schön, dass du endlich da bist. Lass uns reingehen. Äh, die Herren zuerst. So, ich sollte Ronan einen Besuch abstatten. Sein hier wohl der Oberbösewicht zu sein. Nun, nun Alundra, ich sehe, du kommst heute mit Maya. Die Statue von Meldsas ist im Keller dieser heiligen Städte versteckt. Ich kann es von hier aus fühlen. Oh, so die Götter haben sich euch gezeigt. Ja, Ronan. Es war wundervoll. Sie wollen, dass ich zu ihrem Angesicht bete. Sie verarscht ihn. Denkst du, ich bin so dumm, das zu glauben, und überhaupt etwas gesehen hast an den Teufel. Ihr wollt, dass ich euch zur Starte bringe, um sie zu zerstören. Wenn ihr mich unterschätzt, meine Kinder, werdet ihr eine große Enttäuschung erleben. Okay, Ronan. Geh mir aus dem Weg. Äh, jetzt geh mir aus dem Weg. Versuch nicht, das unvermeidlich aufzuhalten. Puh, arrogantes Mädchen. Ramon wusste immer von der Starte. Jeder weiß es. Sie sind nicht nur damit einverstanden, sie beten auch davor. Wie würden sie auf die Zerstörung reagieren? Wahrscheinlich nicht so positiv, wie ihr denkt, meine Kleinen. Wie auch immer, es ist noch nicht vorbei, Ronan. Ich werde beweisen, dass die Statue der Ursprung alles böse ist. Und sie wird zerstört werden. Diese Katzei wird euch teuer zu stehen kommen. Oh, der ist offensichtlich immer böse. Wahrscheinlich ist das ganze Dorf böse. Nur Meier ist gut. Ahem, Ronan ist der Mörder. Ich bin sicher, Alundra. Ahem, und ich habe was weiß. Dann noch was. Ich glaube, der nächste wird jemand aus deiner Nähe sein. Wir müssen deine Freunde beschützen. Ich bleibe bei Septimus. Du passt auf Jess auf. Schnell, die Dunkelheit kommt näher. Ich komme morgen früh zu dir. Ich bin nicht einer von den beiden. Die beiden sind so cool. Jess ist wie ein Vater von mich und Septimus wie ein bester Freund. Ich will nicht, dass einer von beiden drauf geht. Aber andererseits... Oh, jetzt hat Septimus eine Freundin, wo er sich ranmachen kann. Es war alles eingefädelt, damit er sich an Meier ranmachen kann. Wo ist sie denn? Da. Mach dir keine Sorgen. Ich werde gut auf Septimus aufpassen. Meier hat mir vor einiger Zeit von Ronan erzählt. Mach dir keine Sorgen um mich, mein Freund. Dann gehe er an dich und gebe auf Jess 8. Oh, das ist so gut. Ihhh, geht's. Moment, da kriege ich ein Mist viel in meiner Wand. Fiss dich. Gut, dass ihr das nicht sehen könnt. So, weiter geht's. Ich bin er auf der Hecke geleimt. Hallo Hund, kann ich dich als Wankhund ausbilden? So, Jess. Du bist in Gefahr. Ronan ist ein Sack. Rudraht, du solltest dich ausholen. Das ist müde. Verstehst du, was ich meine? Dauerspruch. Du bist ständig unterwegs. Du hast dir eine ruhige Nacht verdient, mein Freund. Was? Ich? Ich kann jetzt noch nicht schlafen. Ich habe noch einiges zu tun. Oh nein, sag mir nicht, er will jetzt was basteln, weil er fast seinen eigenen Tod vorhersehen kann oder wie. Das wäre ätzend. Aber dann macht er jetzt einen Gegenstand und verstirbt danach. Das wäre scheiße. Aber wie viel Gold ich da oben habe, das ist ja beeindruckend. Noch ein paar andere Mal wäre es, wenn man gezähntlich wieder anständig laufen würde. Ich bin froh, dass er jetzt nicht mehr so oft abstürzt. Diese Szene gefällt mir nicht. Warum sie mir nicht gefällt? Das muss ein Grund haben, warum sie gezeigt wird. Wenn es ein ganz normaler Tag gewesen wäre, dann wäre er jetzt nicht gekommen. Ich werde jetzt sehen, was passiert. Alundra träumt von dem, was Jono gesagt hat, als er die heilige Städte verließ. Aber er ist zu erschöpft. Alundra sind langsam in einem tiefen Schlaf und dann viel zu früh überlassen Mond und Sterne der Morgensonne den Himmel, als ein Hahn in der Ferne kräht. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ja, ich habe Angst. Und jetzt noch mehr. Mach auf Alundra, wach auf! Du! Nein, es ist Jess, er... Wehe. Jess. Spuck's aus! Atmet die verdorbene Luft dieser teuflischen Welt nicht mehr. Das war jetzt die hässlichste Formulierung, die du hättest wählen können. Was? Was? Ich durfte nur, wir sind zu früh durchgegangen. Komm mit mir, Alundra. Warum, Jess? Warum ausgerechnet er? Ja. Und ich... Ich fäng dich in die Ecke. Ich fäng dich in있는 Cinthole. Beide es mir vor allem nicht mehr. Aber sie gezogen nicht mehr, weil du schon niemals nach gut nach wie KoMyischer und Et tule machst du ein Stück sicher. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott, schläft. Oh scheiße. Ich muss mich zusammenreißen. Oh Gott. Gebt einen Moment Leute, gebt mir nur einen Moment. Ich bin gleich wieder fit. Jetzt geht's wieder einigermaßen. Jetzt hat dich halb tot gefunden und dich wieder gesund gezielt. Wie bedankst du dich dafür, Alundra? Hast ihn getötet. Ja, Alundra. Ich mache dich für seinen Tod verantwortlich, du Mörder. So ein dreckiges, verhultes Arschloch. Ich bring dich so um. Oh nein. Oh nein. Sorry, aber... Boah. Boah, hab ich gerade... Boah. 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 Tom. Boah, Rude. Boah. 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 Alundra, ich. Hier, nimm den Schlüssel. Jess hielt ihn fest in der Hand. Er wollte ganz bestimmt, dass du ihn bekommst. Wenn du etwas brauchst, Alundra, irgendetwas, dann werde ich dir helfen. Du musst es mir sagen. Na klar. Was ist drin? Das Tagebuch von Jess erhalten. Hat sie ein Tagebuch verschlossen? Vielleicht hat er etwas geschrieben an dem Tag, an dem er etwas gefunden hat. Alundra, wenn das liest, bin ich tot. Ey, das ist nicht gut. Verstehst du, was ich meine? Und selbst da hat er seinen Litz noch mit reingebracht. Wenn du geschlafen hast, war ich auf dem Friedhof, um zu sehen, was Ronan dort treibt. Ich weiß, du hast da einen Verdacht, und ich auch. Aber ich wollte ihn nicht allein stellen. Ich habe große Angst, Alundra. Deine Hand zittert am Schreiben. Am liebsten würde ich dieses Blatt einfach wegwerfen. Die Sache mit Ronan einfach vergessen. Aber das kann ich nicht, mein Junge. Ich betrachte dich als meinen Sohn und möchte nicht, dass du dich wegen mir schämen musst. Deshalb habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und schreibe diesen Brief. Ist das denn so ein Tagebuch? Bevor ich zu Ronan gehe, Alundra, nach dem Tod meiner Frau und meines Sohnes, war ich ein gebrochener Mann. Dein eiserner Wille und dein Verhalten haben mich geheilt. Wir konnten nicht lange zusammenbleiben, aber ich bin trotzdem dankbar für die kurze Zeit. Vielen Dank, Alundra, mein lieber Sohn. Ich liebe Tschüss. In der Schacht befindet sich eine schädige Gerüstung. Ob ich die reparieren lassen kann? Ich glaube, das war ein Tag, an dem er mich gefunden hat. Du bist wach. Das ist ein Fortschritt. Das ist gut. Ich dachte schon, du würdest nie mehr aufwachen. Verstehst du, was ich meine? Mein Name ist Jess. Ich bin der Schwertschmied von Innoir. Ich verdiene ganz gut und kann mir meine Zeit selbst einteilen. Nichts Besonderes. Wie heißt du? Alundra, hm? Freut mich deine Bekanntschaft zu machen, Alundra. Du warst doch an Bord der Clark, oder Alundra? Du kannst von Glück reden, dass du noch am Leben bist. Verstehst du, was ich meine? Die Stücke, die sie vom Schiff gefunden haben, waren nicht größer als meine Faust. Aber lass uns nicht davon sprechen. Reden wir über dich, mein neuer Freund. Kann sein, dass wir diesen Dialog ganz am Anfang des Let's Plays hatten? Du kannst bleiben, bis du wieder ganz gesund bist. Ich lebe allein. Wenn du gehst, werde ich wieder ein einsamer, alter, fetter Mann sein. Aber deswegen sollst du dir keine Gedanken machen. Oh ja, das hatte ich fast vergessen. Das Buch neben dem Bett. Ein ganz besonderes Tagebuch. Willst du es benutzen? Okay. Ich habe es mal für mich gekauft. Aber es steht immer nur, habe heute ein Schwert geschmiedert drin. Und so fing unser Abenteuer um. Wir erinnern uns zurück. Hat er uns die Bombe gegeben. Alundra, bis vor kurzem haben die Menschen in diesem Land zu Staat angebetet. Sie waren materielle Darstellungen unserer Götter, verstehst du? Plötzlich verbot der König diese Anbetung. Die Menschen mussten gehorchen. Wir reiten, als die Staaten zerstört wurden. Genau zu dieser Zeit versankt im nördlichen See der Palast. Das war vor fünf Jahren. Aber es kommt mir vor wie gestern, verstehst du? Seit damals sind wir nicht mehr kreativ. So, wofür es gehen? Vielleicht wurden die Götter zornig und haben uns diese Fähigkeit weggenommen? Ich sage dir nicht, dass es so ist, aber ich muss ständig darum denken, mein Junge. Aber Götter oder keine Götter, ich muss meine Fähigkeit wiederbekommen. Ich kann fast hören, wie Owens Geist zu mir spricht und von mir verlangt, wieder die besten Waffen hinzustehen. Nein, sogar noch mehr. Ich sage helfen, für dieses Land zu kämpfen. Das ist die Minenbombe. Eigentlich ist es nur eine Bombe. Aber da sie für die Mine benutzt wird, heißt es so. Damit kommt man durch jeden Stein. Verstehst du anunter? Naja, nicht durch jeden. Dann könntest du leicht in die Mine kommen, aber das ist viel zu gefährlich, mein Junge. Hier ist mein Plan. Ich gehe zur Mine. Ich sehe nach, ob es sicher ist und vielleicht lasse ich dich reingehen. Du bleibst hier, okay? Ich will, dass du diese Geschichte hier erlebst. Oh wei Alunda, da kommst du sehr spät. Ich habe mir Sorgen gemacht, aber egal. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Auch mit klein. Ganz Neitens ziehen noch. Wahrscheinlich hat Alundra jetzt davon geträumt. Der schreckliche Tag, ja der schrecklichste Tag in Alundras Leben war vorüber. Als er die Augen schloss, konnte er immer noch Geist lächeln sehen. Als das Bild verschwand, weinte er bitterlich. weil seine Tränen konnten seinen Schmerz nicht vermindern. Da bat er die Götter diesen Wahnsinn zu beenden und fiel doch noch in einen unruhigen Schlaf. Ich kann ja jetzt auch keine Witze machen, ich bin viel zu müde genommen gerade. Das passt auch gar nicht zur Situation, zur Stimmung. Dann werde ich jetzt speichern und den Part beenden. Dann werde ich im nächsten Part zu Septimus gehen und fragen ob er irgendwelche Informationen oder so hat. Ich würde sagen das war Alundra. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.